Karst ist der Name eines Kalkgebirges in Slowenien und Kroatien, im Norden der Halbinsel Istrien. Nach ihm werden die Landschaftsformen benannt, die überall auf der Erde in Kalkgebieten zu finden sind. Das Karstgebirge ist Teil der Dinariden, einer Gebirgskette, die sich in Fortsetzung der Alpen entlang der östlichen Adria-Küste bis nach Griechenland hinzieht. Dieses Gebirge besteht vorwiegend aus Kalkgestein, das durch die Einwirkung des Niederschlagswassers allmählich verwittert. An der Oberfläche freiliegender Kalkgesteine zeigen sich die Spuren der Kalkverwitterung als tiefe Rinnen, die Karren. Durch Risse und Spalten kann das Regenwasser in den Untergrund ablaufen. Mit Kohlenstoffdioxid aus der Luft angereichert, nagt es am Kalkgestein und erweitert haarfeine Klüfte zu immer breiteren Spalten. Im Verlauf von Jahrtausenden können im Untergrund riesige Höhlen daraus werden. Diese können gewaltige Dimensionen erreichen, wie beispielsweise die Höhle von Postoina im westlichen Slowenien. Das ist die Einwirkung des Niederschlagswassers und Alpazen-Klein. Das ist die Einwirkung des Niederschlagswassers. Das ist die Einwirkung des Niederschlagswassers, die in die Zeit an der Leuke und die Höhle von Postoinais doorioneinander.